Mein Name ist Lukas Hasis, ich bin Dozent an der Universität Oldenburg, Institut für Geschichte und meine Leidenschaft neben der Forschung und der Lehre ist der Dialog, die Vernetzung, die Kommunikation miteinander, auch die Kooperation. Ich rede sehr gerne mit Menschen und in den letzten zwei Jahren schnacke ich sehr gerne über Games, also welche Rolle spielen Spiele an der Uni, in der Forschung, in der Schule, in Gedenkstätten, im E-Sports, in der sozialen Arbeit, aber auch in den Entwicklerinnenstudios selbst, also generell in der Gesellschaft. Und in dieser Reihe spreche ich mit Menschen, die sich damit auskennen, spannende Leute, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte oder neu kennengelernt habe und ich stelle ihnen eine einfache Frage, die ist, was macht ihr? Und die Antwort darauf ist sehr, sehr spannend. Ich habe die Reihe genannt Spielschnack-Schnuck, weil es darum geht, in aller Kürze zu erfahren, was die Leute machen, was die Leute umtreibt, aber auch bewegt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute zu Gast Andreas Kopelius. Ich verfolge deine Arbeit schon eine Weile, sehr interessiert und freue mich, dass wir heute miteinander sprechen und das Ganze letztendlich sogar als so eine Art Win-Win-Situation, weil ich darf bei dir auch demnächst was erzählen. Noch nicht zu viel verraten, aber so muss es eigentlich laufen. Also Vernetzung, Kooperation ist auch das Schöne an diesem Format. Ich freue mich sehr, Andreas. Erzähl du uns, was du machst. Ja, zuerst einmal natürlich danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich da dabei sein darf und eben dich bald auch bei mir begrüßen darf, aber auch hier, wenn die Zeit kommt, werden wir über das dann natürlich auch noch reden. Ja, ich bin einerseits Historiker für mittelalterliche Geschichte. Ich schreibe jetzt dann noch meine Doktorarbeit fertig. Das sind jetzt noch ein paar Kleinigkeiten, die zum Erledigen sind, aber ich hoffe, dass ich jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen das auch schon einreichen kann. Und ich bin nebenbei auch ein Content Creator, ein digitaler Content Creator im speziellen Bereich, Live-Streaming-Bereich, versuche halt eben diese Geschichte und auch ein bisschen das Wissenschaftliche dahinter auch in die Streams mit einfließen zu lassen. Das ist sehr spannend. Da musst du uns mehr erzählen, wie das abläuft. Für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Ich selbst musste mich mal, also ist auch für mich relativ neu, aber ich habe mich mal da so reingefuckt, habe mal ein bisschen zugeguckt und so. Erzähl uns einfach, wie das abläuft. Ja, ich habe mehrere unterschiedliche Formate. Früher habe ich noch sehr viel sogenannte Coworking-Streams betrieben. Das sind eigentlich Streams, die ja eigentlich, wenn man so über das nachdenkt, ein bisschen absurd sind, weil man zeigt sich eigentlich nur selbst beim Arbeiten, sollte aber auf diese Art und Weise selbst wieder andere zum Arbeiten anregen und motivieren, weil sie sehen, da ist auch jemand, der jetzt wirklich arbeitet. Im Endeffekt ist man dabei ein mehr oder weniger Pacekeeper. Also man schaut halt einfach, dass man so gewisse Zeiten einhält. Das Ganze ist meistens aufgebaut nach dem Pomodoro-Verfahren, so 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Und man gibt es sozusagen vor. Und die ganzen Leute, die dabei sind, arbeiten dann sozusagen mit oder zumindest sollten mitarbeiten. Manche mehr, manche weniger. Und im Zuge dessen habe ich eben sehr viel von meiner Doktorarbeit erledigt. Und das Ganze halt wirklich live auf Twitch. Das heißt, meine Doktorarbeit ist wirklich, wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, wahrscheinlich sicherlich zu 80 Prozent oder so auf Twitch tatsächlich entstanden. Also es ist sehr, sehr, sehr viel Zeit gewesen. Das ist die eine Sache. Das andere ist aber auch, dass ich mich sehr gerne auch natürlich im unterhaltsamen Bereich auch bewege. Also zumindest ich bemühe mich darum. Das sind dann Videospiele zum Beispiel, die meistens dann bei mir irgendeinen mittelalterlichen Kontext auch besitzen. Und einerseits natürlich auf Unterhaltung ausgerichtet, aber gleichzeitig immer auch ein bisschen unterschwellig im bildenden Bereich und so weiter. Das soll ja etwas sein mit Mehrwert. Und wenn am Ende vielleicht eines Streams die Leute sagen, sie haben auch etwas gelernt, weil ich halt irgendwie vielleicht, weil eine Darstellung im Spiel ganz speziell war und ich dann etwas irgendwie, keine Ahnung, zum Besten geben habe können, jetzt aus der Geschichte, dann ist das auch ein sehr schöner Nebeneffekt natürlich. Das ist eigentlich ganz spannend, weil du hast ja dann deine Dissertationsphase auch dokumentiert dadurch auf die Art und Weise. Und viele Leute haben wahrscheinlich auch geholfen. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich finde das sehr spannend, weil ja auch so Ruhephasen und so dabei sind, wo man dann einfach so zusammensitzt. Und ich kenne die Methode auch, die ist ja bei vielen sehr, sehr hilfreich. Aber es ist ja super spannend, weil man dieses Gefühl teilt. Also sonst ist man bei Dissertationen ja auch manchmal so allein im Kämmerlein. Aber das überbrückt das ja. Also es ist eigentlich ganz spannend. Also ich stelle dir die Frage gleich schon. Ist es dann so, dass es tatsächlich vor allem unterstützend war? Also dass du das gestimmt hast, weil du deine Gedanken fokussieren musst? Ist das so gewesen? Grundsätzlich ist es ja auch so, dass das sehr stark in die Corona-Zeit hineingefallen ist. Das heißt, es war auch natürlich eine Zeit, in der ohnehin sehr viele Personen zu Hause gearbeitet haben. Und das erste Mal vielleicht auch wirklich mit dem Thema Homeoffice und so weiter konfrontiert worden sind und vielleicht sich auch verloren gefühlt haben, weil sie gewohnt waren, im Büro zu arbeiten oder an der Uni zum Beispiel in der Bibliothek sitzen oder was auch immer. Und plötzlich sind sie aber allein zu Hause oder halt in den eigenen vier Wänden. Das heißt, man hat ein bisschen tatsächlich versucht, durch solche Formate die Menschen wieder zu verbinden einfach, also zu zeigen, auch wenn wir jetzt räumlich getrennt sind und jetzt nicht im selben Gebäude, selben Raum und so weiter sind, wir erledigen trotzdem unsere Dinge. Und es ist eigentlich so, dass es auch für mich einen, also nicht nur jetzt, dass das sozusagen ein Angebot war, beziehungsweise eine Dienstleistung für andere, sondern ich habe auch selbst davon profitiert. Und zwar, ich habe einen sehr besonderen Kamerawinkel auch gewählt. Die meisten, die so Coworking-Streams machen, verwenden, so wie wir jetzt in diesem Setting sitzen, die Kamera von vorne, also wirklich ein Frontalbild. Und dementsprechend sieht man nicht, was die Leute wirklich arbeiten. Ich habe das aber anders gemacht. Ich habe die Kamera hier platziert gehabt und mit Blickwinkel in Richtung meiner Bildschirme. Das heißt, sozusagen der Chat oder die Leute, die hier dabei waren, haben auch ein bisschen kontrollieren können, ob ich auch wirklich arbeite. Und das hat mir ein wenig Druck gegeben. Das ist jetzt kein negativer Druck gewesen, aber es hat auch mir jetzt da wiederum den Druck gegeben, dass ich jetzt sage, ich schaue jetzt nicht nach, was gibt es, keine Ahnung, auf dieser Plattform Neues, was ist denn Nachrichten Neues oder was auch immer. Oder vielleicht nebenbei ein YouTube-Video schauen oder was auch immer, sondern wirklich selbst arbeiten. Das hat mich auch wirklich hingebracht, dass ich sage, 25 Minuten, auch ich arbeite. Nicht nur die anderen sollen arbeiten, auch ich. Ja, aber das ist eigentlich ganz spannend. Das ist ja auch so ein Blick in die Werkstatt des Historikers. Also ich habe das so ein bisschen gesehen. Man sieht dann ja auch Quellen und so weiter. Das ist ja für Außenstehende wahrscheinlich super spannend. Und die müssen ja gar nicht zu der Zeit was Ähnliches arbeiten. Die können ja was komplett anderes arbeiten, sind aber irgendwo zusammen. Also gerade das, was du meinst mit Corona, dass man dann vom Format irgendwie zusammenarbeitet, ist sehr spannend. Aber eben auch dieser, wie funktioniert historisches Arbeiten, auch zu Hause an dem Ort. Und eben, okay, man hat die Quelle, aber man hat die zu Hause, man hat die auf dem Bildschirm. Und das finde ich sehr innovativ. Also finde ich klasse, weil die Leute dann auch direkt sehen, okay, was machen wir eigentlich die ganze Zeit. Genau, so ist es. Ich habe sehr gerne als gelesenes Büro auch ein bisschen beschrieben, weil die Leute mir zusehen können, aber gleichzeitig auch Fragen stellen können. Also ich habe dann auch immer in den Pausen ein bisschen erzählt, was habe ich jetzt da wieder zusammengebracht, was habe ich vielleicht gerade gelesen oder in dieser Quelle zum Beispiel jetzt da gerade ausgewertet und so. Und dabei sind auch so ganz grundlegende Fragen zur Geschichtswissenschaft auch vorgekommen. Also wie funktioniert das überhaupt? Wie kommen wir zu den Erkenntnissen und so? Das heißt, es geht nicht nur um den Inhalt an sich, sondern auch einfach halt wirklich, was macht eigentlich jemand, der jetzt eine Doktorarbeit schreibt, im wissenschaftlichen Bereich halt einfach tätig ist. Ja, aber es ist sehr spannend. Und es ist dann auch so, also du bist ja dann, weil die Frage ist ja immer, wie kommt man da hin? Wie wird man Streamer? Wie wird man Content Creator? Was machen die? Wie kann man das, wenn das Schülerinnen und Schüler gucken, wie geht man in die Richtung? Hast du das dann quasi während Corona angefangen oder hast du dann schon ein Ziel gehabt oder war das so, ich schlitter da rein und dann sind aber viele Leute da oder wie kam es dazu? Die Wunschvorstellung ist natürlich immer, dass man sich einen Account anlegt, den ersten Stream anschmeißt und sozusagen alle auf einen schon warten. Aber das ist halt leider nicht der Fall. Ich bin schon ziemlich lange mittlerweile dabei. Ich habe 2016 angefangen. Also das sind jetzt zumindest jetzt aktuell so mehr als sieben Jahre oder ziemlich genau sieben Jahre sind es jetzt aktuell. Ich habe damals mit einem englischsprachigen Kanal begonnen und das war rein nur auf Videospiele ausgerichtet. Ich habe das bei einem anderen gesehen, der hat einen so, ich war selbst eigentlich komplett, das war eine komplett fremde Welt für mich und bin dann irgendwie durch Zufall einmal auf diese Sache gestoßen und habe mir das angeschaut. Das war ein so unterhaltsamer Stream, denn eben diese besagte Person, das ist ein Australier, der in Japan lebt. Also allein solche Verbindungen und so weiter waren einfach schon so spannend. Und das war so unterhaltsam, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt auch mal probieren und habe eben zuerst ganz normal Videospiele und so weiter gestreamt, ohne diesen Bezug jetzt dann mit Wissenschaft und Geschichte. Ich habe auch, glaube ich, damals mit diesem englischen Kanal das auch so fast überhaupt nicht irgendwie verwendet auch. Das ist eigentlich so, glaube ich, ziemlich klassisch getrennt zwischen Hobby und beruflicher Sache. Und dann aber irgendwann habe ich gesagt, na, ich möchte jetzt einmal schauen, wie es auf Deutsch läuft, weil ich würde jetzt sagen, mein Englisch ist jetzt nicht so schlecht, aber du stößt trotzdem, gerade wenn du unterhaltend sein willst, irgendwann einmal an so eine gewisse Grenze. Und da habe ich gesagt, ich probiere es jetzt einmal auf Deutsch. Und das hat eigentlich von Anfang an sehr gut funktioniert und passenderweise auch die Rückbesinnung jetzt wieder auf das, was ich vorher gesagt habe, mit jemandem, der in Japan lebt. Und ich bin dann nach Japan gegangen. Wir haben uns auch dort getroffen. Das heißt, der erste Streamer, mit dem ich da wirklich was zu tun hatte, tatsächlich, ist auch der, den ich als erstes dann wirklich auf dieser Plattform gesehen habe und habe mal ein wenig unsicher gemacht damals. Und ich bin dann zurückgegangen und habe dann gesagt, ich muss da jetzt irgendwas anderes machen. Ich möchte jetzt irgendwie auch bei meiner Doktorarbeit gut vorankommen und möchte es kombinieren. Und so hat das eine dann zum anderen geführt. Ja, aber das ist ja super spannend. Also was du sagst, die Vernetzung weltweit und dass man mit vielen Leuten irgendwie in Kontakt kommt. Ganz praktische Frage, was braucht es denn alles? Also du hast, wir hatten ja vorhin schon, weil du ein bisschen umdisponieren musstest. Aber eigentlich braucht es ja eigentlich am Anfang gar nicht so viel, ne? Das ist natürlich richtig. Es ist immer die Frage, was möchte man machen? Es gibt komplett unterschiedliche Arten zu streamen mit komplett unterschiedlichen Inhalten und so weiter. Und dementsprechend ist auch die Hardware bzw. die Voraussetzungen dafür sind völlig unterschiedlich. Wenn du ein Videospiel streamst, das sehr schnell ist, also so gerade jetzt in Richtung Shooter und so weiter, dann brauchst du auch dementsprechend die Hardware dafür. Hast du jetzt aber zum Beispiel einen Bastelstream, ich bezeichne es jetzt einfach mal ganz grob, dann ist es vielleicht interessant, dass du jetzt nicht nur einen Platz hast, sondern vielleicht mehrere so Arbeitsplätze, die wiederum in Kameras abgedeckt sind. Eine Sache, die alle, oder Just Chatting zum Beispiel, ist das Gassische jetzt mittlerweile schon, da ist es genau dieser Setting. Du sitzt hier halt einfach, hast eine Kamera und du redest halt einfach stundenlang, worüber auch immer. Also es ist ganz unterschiedlich, was man dafür wirklich benötigt. Aber was ich immer wieder sage, ist das Allerwichtigste dabei ist definitiv das Audio. Weil das Bild kann ein bisschen verschwommen sein, hat vielleicht jetzt nicht die beste Sättigung oder was auch immer. Das tut dem Auge nicht weh, aber wenn das Mikrofon kracht, dann tut es dem Ohr sehr wohl weh. Und deswegen sage ich, wenn Leute mich fragen, wie so, ja, was hältst du von dem, dem und dem? Beziehungsweise würde ich das so gerne aufbauen. Ich sage immer, Priorität muss das Audio haben. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Fokus ist dann aber doch schon auf Games und auf Games bei dir vor allem auch mit historischem Background. Du hast ja auch die Schwerter im Hintergrund, das ist top. Ist bei dir ja auch sehr, deswegen können wir quasi die Frage auch schon wieder höher setzen. Auch gerade vom Format finde ich es ganz interessant. Was würdest du sagen, wie ist denn die Rolle von so Streams? Also gerade der Zugang zu Menschen ist natürlich gerade sehr wichtig. Die Rolle von Streaming auch, um irgendwie prägend zu sein und sowas wie Geschichte, unser Bild von Geschichte, unser Bild von Geschichtskultur etc., um überhaupt darüber zu reden. Also wie ist die generelle Rolle? Geht ja auch einher mit Verantwortung für dich, was du erzählst und so. Das ist ja schon, da kommt ja schon einiges mit. Völlig einmal jetzt weg, also weggehend vom Thema Geschichte und Wissenschaft und dem Ganzen drumherum. Es ist ganz klar, dass jede Person, die sich öffentlich in diesem Raum zeigt und dementsprechend eventuell durch die Art, durch die Inhalte, was auch immer angeboten werden, Leute sozusagen heranlockt und vielleicht auch bindet, immer einen prägenden Einfluss auf jene Person noch ausübt. Es gibt gewisse Content Creator, die das sozusagen nicht akzeptieren wollen. Die sagen halt einfach, ich mache quasi, was ich will, aber ich sage nicht, dass andere Leute das so machen, aber sie leben es halt vor. Und gerade jetzt bei den Leuten, die dann eine Fanbase besitzen oder was auch immer, kann das dann ziemlich gravierend auch, also gravierende Folgen auch mit sich haben. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass die Personen auch, also die als Content Creator auftreten, als Streamer auftreten, Streamerinnen, und dass ihnen das auch bewusst ist, dass sie da eventuell, wenn sie Dinge sagen, diese ganz besonders auch wahrgenommen werden, wieder von den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das ist etwas, was man, glaube ich, ständig im Hinterkopf behalten muss. Nicht umsonst sind die meisten, wenn nicht alle, also ich unterscheide da ein bisschen zwischen aktiv und indirekt in dem Fall, oder direkt und indirekt, Influencer, ganz klassisch in diesem Sinne. Wenn es jetzt natürlich um das Thema Geschichte und so weiter geht oder Wissenschaft und so weiter, dann ist es natürlich auch mein Anspruch, das auch möglichst gut sozusagen auch vorzuleben, um einfach auch, ja, jetzt nicht irgendwie negative Seiten aufzuzeigen oder jetzt vor allem irgendwelche blödsinnigen Sachen zu machen, also irgendwelche Dinge nicht hinterfragend irgendwie so nach außen zu tragen, sondern eher genau das, zum Beispiel ganz klassisch, die Objektivität und so weiter, das sind so klassische Merkmale einfach, dass das halt einfließen, dass man es einfließen lässt, wenn man irgendwelche Diskussionen hat, dass man sagt jetzt, gut, wir haben eine Seite gehört, wie schaut es bei der anderen Seite aus und so weiter und schauen wir mal, ja, betrachtet man das sozusagen oder versucht man es von einem neutralen Standpunkt aus zu betrachten und was auch immer. Also man kann da sehr viele so, ich würde sagen, sehr viele Werkzeuge, die man tatsächlich so lernt im Zuge des Studiums, generell jetzt, das sind ja auch zum Teil Lebenserfahrungen und so weiter, kann man da sehr gut umsetzen, würde ich einmal behaupten. Nicht alle machen es. Nee, aber das ist gerade das Besondere bei dir ja auch, dass du so einen Background mitbringst, die Verantwortung überhaupt spürst und realisierst und machst und dann wiederum diesen Einblick in, wie gesagt, das Arbeitszimmer, Historiker, Historikerin, bietest, weil du eben zeigst, okay, man muss über alles kritisch nachdenken und man gibt eben nicht nur Content raus und da kommt ja auch sehr viel Schabernack teilweise bei anderen jetzt. Das wird dann für bare Münze genommen, gerade jetzt Jugend oder noch höher und das hat natürlich auch so eine Tendenz, du sagst, da musst du gegenstellen und deswegen finde ich das gerade so wichtig und stark, dass Leute sind wie du, die da sagen, wir holen das mal ein und da ist wirklich mal überhaupt die Frage nach Objektivität dabei. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass es da unterschiedliche Akteure gibt und das finde ich sehr spannend. Und ich habe das gerade deswegen mitbekommen, dass du ja im Kontakt warst mit Männerlords und das ist ja dann wiederum so eine spannende nächste Schiene, dass man sagt, du hast ja einen Einfluss und du zeigst, dass man das so machen kann und dann kommst du in Kontakt mit Entwicklern und kannst da ja auch nochmal was bewirken. Das fand ich sehr stark vom, ja wirklich vom Einfluss, den du dann auch positiv nutzen kannst. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie das abgelaufen ist. Ja, also ich bin schon seit längerer Zeit eigentlich mit dem Entwickler von Männerlords so im Kontakt, also wir haben schon, ich weiß nicht, 2020 oder 2019 oder so das erste Mal Kontakt gehabt. Das waren vereinzelte kleine Sachen, das war nichts Aufregendes. Aber letztes Jahr, also 2022 im Oktober, ist dann eine Demo erschienen. Also das war die erste spielbare Demo für Männerlords. Und großartige Demo, haben wir natürlich sehr gerne und sehr viel auch gespielt. Und die Sache ist, dass ich auch ein bisschen Glück hatte, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich habe nämlich bei mir selbst in meiner, nennen wir es jetzt der Community, weil ich habe jemanden, mit dem ich sehr, sehr stark mich immer wieder austausche und der ist selbst Teil von dem Entwicklerteam. Das ist auch Team, ist jetzt ein schwieriger Begriff, es ist ja eigentlich ein einzelner Entwickler, aber andere Leute arbeiten zu und eben der Jakob zum Beispiel, um den es da geht, der ist für die Architektur zuständig. Also das heißt, sämtliche irgendwelche architektonischen Bauwerke in dem Spiel sind quasi aus seinen Händen oder durch seine Hände gegangen und wir haben uns da schon öfter so ausgetauscht und so weiter und da hat er mich gefragt, ob ich nicht auch sozusagen meine Gedanken dazu teilen möchte und dann bin ich halt so hineingerutscht in diese Sache, habe einmal Alpha-Tester werden können und habe dann aber auch versucht, natürlich mich auch einzubringen bei gewissen Themen halt einfach, wo man einfach einmal abstecken hat müssen, was sind so die Ansprüche überhaupt des Spiels, was will der Entwickler überhaupt machen und der Entwickler, also Slavic Magic nennt er sich ja im Internet, der Greg, wie wir halt so sagen, ist jemand, der hat sich ein Ziel gesetzt und dieses Ziel verfolgt er auch und ist aber auch dafür bereit, auch vielleicht gewisse Schritte wieder zu machen, die vielleicht ein bisschen in der Entwicklung des Spiels wehtun, also ihn jetzt als Arbeitsprozess und so weiter, aber halt einfach die Qualität des Spiels halt fördern sollte und vor allem diesem Anspruch auch gerecht werden sollte und das ist natürlich sehr spannend, weil wir haben ja bei manch anderen Spielen, gerade jetzt dann mit mittelalterlichen Inhalten und so weiter, gesehen, dass das nicht immer so gehandhabt wird, sondern dass man da halt dann das Spiel als super Geschichtsspiel verkauft, aber in Wirklichkeit, dass es nur eine Mogelpackung ist. Ja, da muss man ja auch den Finger reinlegen in die Wunde, das machst du ja auch, aber ich finde es da gerade spannend, weil ich bin ein großer Verfechter von miteinander reden und auch kooperieren, vernetzen, da wo es funktioniert und da funktioniert es sehr, sehr gut und das finde ich, das zeigt dann so ein Format und auch die Wichtigkeit vom Streaming. Ich bin schon am Ende angelangt tatsächlich, du darfst uns noch sagen, wo können Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, wo können die dich live erleben, wie unterstützen auch und allerletzte Frage, was würdest du dir wünschen für die Zukunft, außer, dass sie jetzt alle einschalten, aber genau. Ja, also zu finden bin ich primär auf Twitch tatsächlich, eben unter dem Nickname Coppelius. Manche kennen vielleicht auch den Namen Coppelius von einer Figur aus Hoffmanns, der Sandmann, das ist ja dort der Bösewicht sozusagen, der ja dann den Leuten die Augen stiehlt. Das ist ja auch, als Streamer macht man nicht viel anderes dabei, das ist ja auch ein bisschen der Hintergedanke gewesen, wobei die Schreibweise ein bisschen anders ist. Ansonsten, ich bin auch noch auf anderen Plattformen zugegen, auf Twitter beziehungsweise YouTube. Twitter mehr eher so im privaten Bereich und YouTube sehr spärlich, auch wenn ich bemüht bin, in dem Bereich ein bisschen was zu machen, aber nicht allzu viel. Also primär in dem Sinn Twitch. Und ansonsten, was ich mir wünsche für die Zukunft, da muss ich jetzt aber noch einmal nachfragen, geht es jetzt da eher so im Bereich als Content Creator oder allgemein? Ja, als Content Creator, bezogen auch auf Geschichte oder was, also ich meine, was du da vorhast damit. Also das mit Manor Lords ist ja schon eine Sache, die sich wahrscheinlich verstetigen wird noch weiter. Aber vielleicht hast du ja noch was. Genau, also Manor Lords wird ja in diesem Jahr noch erscheinen. Ja. Und das wird sicherlich eine coole Sache werden. Ich glaube auch, dass das für mich als Content Creator, der jetzt ja auch ein bisschen diesen Einblick hinter die Kulissen auch hat, glaube ich, auch ganz spannend werden könnte auch. Und ja, ansonsten, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir viele weitere lustige und spannende Stunden auf Twitch, tolle Gespräche, wenige Trolls. Da muss ich sagen, Gott sei Dank sehr wenig. Ich glaube, das ist aber auch diese Wirkung noch außen, dass man sagt, da ist wahrscheinlich nicht so lustig zu trollen und das darf ruhig so bleiben. Aber ansonsten gute Zeit natürlich haben. Und schauen wir mal, wie lange das sozusagen auch noch so machbar ist. Weil auch hier verändert sich natürlich wahnsinnig viel und sehr schnell. Gerade jetzt, was so Streaming-Plattformen und so weiter angeht. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Ich finde, wir hatten auch eine gute Zeit. Ich danke dir sehr für die offenen Worte und für deine Zeit. Ich danke dir noch einmal für die Einladung. Ich danke dir.